was geht und wir ganz herzlich willkommen zurück zu einer folge challenge strike mit dem peder und dem hardy und wir spielen eine urform der heutigen tennis video games und zwar Pong P-O-N-G hat man früher auf dem, worauf hat man das gesagt, auf dem C64, ne Atari, auf der Atari Heimkonsol, das war das, viele sagen ja Pong wäre das erste Videospiel aller Zeiten gewesen, stimmt so gar nicht, aber es war das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel aller Zeiten und deswegen sagen das so viele und wir machen jetzt zurück in die Zukunft, ne Moment ist Quatsch, wir gehen zurück in die Vergangenheit, genau und werden jetzt versuchen das Flair von damals zu capturen, ja in 1080p und spielen gegeneinander Pong, richtig, wir müssen noch ganz kurz klären, bis wie viele Punkte spielen wir überhaupt? 15? 15 klingt eigentlich nach einer ganz guten Zahl würde ich sagen und die Bestrafung sage ich jetzt direkt am Anfang schon mal, die Bestrafung ist, was ich persönlich echt eklig finde, ich habe da echt irgendwie Schiss vor, ich weiß auch nicht wieso, aber naja, da muss man dann durch im Zweifel, ja, ein rohes Ei zu trinken, ja, mit Genuss, ja, was heißt denn mit Genuss? Ich finde, wir müssen jetzt schön mit dem Zusatz, dass man dabei keine Mini verziehen darf, sondern muss danach sagen, wahrscheinlich werde ich mich danach direkt übergeben oder so, ja, aber es bleibt natürlich einem freigestellt, ob er das verquält oder nicht, ja, stell dir mal vor, du verquältst das nicht, dann hast du diesen, dann hast du diesen Fluppen, ja, voll geil, oder? Orangenen Shit, weißt du, den du da, der wahrscheinlich festkleben bleibt im Hals oder so, boah, mir wird echt schon schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Und wird es auch nicht erlaubt. Nächste Woche Mittwoch kommt das Video dann, so wie diese Woche Mittwoch das von Harni. Ja, 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 also, ähm, ja, wir machen 15 Punkte, beziehungsweise wer zuerst 15 Punkte hat erreicht und wenn tatsächlich, okay, nein, das war dumm, ich wollte jetzt sagen, wenn beide, dann gleichzeitig. Nein, also, es wird kein Golden Goal geben. Bei 15 Punkten ist Schluss, wir haben keine Zeitbegrenzung und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach. Ich hoffe, dass der Ball auch schneller wird und nicht, dass das hier so rumgetrudelt wird. Ja, das hoffe ich allerdings auch, wo beginnen wir denn eigentlich? Mit Leertaste. Ja. Das war fies, ne? So. Alter, der hat Kurven drin. Lol, hat der wirklich? Das ist ja assi. Das ist aber nicht das Original-Pong. Ne, das, das Original-Pong, das Original-Pong-Ding hat keine Kurven drin, aber ist so gut, muss man sich drauf einstellen, ja. Alter. Bis jetzt merke ich noch nichts davon, dass der irgendwie schneller wird. Ich hoffe, dass das irgendwie auch noch schneller wird, weil jetzt ist das ja so Kindergeburtstag, ehrlich gesagt hier. Vielleicht werden die Kurven auch mehr. Alter! Ey! What the fuck? Was war das denn? Ey, das war jetzt aber irgendwie nicht so nett. Weil es ging voll die große Fresse gehabt hier, so, ist ja voll langweilig. Erstmal direkt 15. Lol. Also in der Beschreibung stand, wenn der nur noch hoch und runter geht, ohne sich nach rechts oder links zu bewegen, sollen wir Leertaste drücken. Das müssen wir allerdings vorher einmal klären, ob wir das wirklich tun, ja? Damit niemand überrascht ist. Ja, ich würde sagen, wir tun das jetzt, oder? Okay, ich mach... So, ansonsten geht natürlich Finger weg von der Leertaste, weil jeder von uns kann die drücken. Ja. Wer, wer fälschlicherweise die Leertaste drückt, weiß ich auch noch nicht, der ist ein Arsch. Er kriegt einen Strafraum oder so. Alter, Alter, was ist das bei mir? Was denn? Was ist denn los? Der Ball wackelt bei mir ganz komisch. Das ist voll der Anzeigefehler bei mir gerade. Ja, bei mir auch. Also das, also es geht halt, ne? Aber... Alter, das sieht total strange aus. Das sieht so aus, als wären da zwei Bälle unterwegs oder als wenn ich hart betrunken wäre oder so. Scheiße. Echt? Ja, bei mir geht der jetzt gleich wieder hoch und runter. Okay, jetzt bin ich dran mit Leertaste drücken. Okay, dann mach du das. Alter, unfair! Finde ich gut. Oh, Leute, an mir wackelt der jetzt auch so geil. Das ist, wenn der so komisch getroffen wird, dann backt der, glaube ich, rum. Boah, finde ich witzig. Ich liebe solche Spiele, die da nicht so richtig aussehen. Oh, jetzt geht er nochmal. Ne, jetzt trudelt er wieder ein bisschen. Ja, man, muss ja sehen, ihr seht unten, woher das, woher dieses Pong-Spiel ist. Muss man ja mal fairerweise sagen, wenn wir uns daran bedienen. Ja, ist ein Open-Source-Spiel. LOL! Das ist ein Open-Source-Spiel, haben wir von einem YouTube-Video. Ja, genau. Peter, ich drück jetzt mal Leertaste. Ja, okay, alles klar. Von Strausser, da kann man sich das dann runterladen. Wenn man auf dem YouTube-Kanal ist, er hat ein Video dazu gemacht und das ist das einzige Pong, was wir, was wir innerhalb... Alter! Jetzt sieht er bei mir wieder so behindert aus. Das einzige Pong, was wir innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde gefunden haben, was vernünftigen Online-Modus hat. Ja, wir konnten halt nichts miteinander spielen und ich würde sagen, es ist Zeit für Leertaste, Peter, ne? Äh, jetzt bin ich wieder dran mit Leertaste, oder? Ja. Ja, mach doch, mach doch ruhig. Das ist echt total behindert hier, die Scheiße. Wenigstens ist das immer die gleiche Richtung, von daher ist das okay. Das stimmt. Wir dürfen die nicht so mit den K... Boah, Alter! Das war aber Knappi, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, das war aber echt Knappi. Boah, Alter, das steht schon 3 zu 0. Das ist aber ganz schön ärgerlich, muss ich sagen. Das ist ganz schön geilotronisch, Alter. Geilotronisch. Geilotronisch. Weil ich hab echt keinen Bock auf dieses hässliche Kackei. Ja, warte mal ab hier. Ja, ja, ich warte ab. Ich warte ab und bin entspannt. Boah, wir hätten uns vorher Wikipedia-Artikel über Pong durchlesen müssen, um jetzt nur voll mit unserem geilen Wissen zu glänzen. Boah, ja, das stimmt eigentlich. Auf jeden Fall hat man das damals, wow, hat man das damals, das weiß ich, weil das war die einzige Eingabemöglichkeit, boah, vom Atari. Man hat das halt mit Joysticks gespielt. Alter! Weißt du, mit so Simulatoren Joysticks. Ja, ja, voll geil. Ähm. Oh, das wird sofort wieder Zeit für Leertaste, glaube ich. Ja, ja, doch, tatsächlich, ja. Du bist so eine kleine Hure, einfach nur, jetzt versucht er mit so billigen Tricks ihn einfach. Ja. Aber ist nicht. Vor allen Dingen, weil, Gott sei Dank, die Scheiße immer auf äh, gleiche Richtung kommt. Ich werd jetzt einfach mal hier stehen, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ja, guck mal, voll gut. Funktioniert sogar wirklich, what the fuck? Guck mal. Was ist das denn für die Scheiße? Ja, ich kann dir nicht das anschnibbeln? Warte. Ne, kann ich nicht. Huihe. Oh Mann. Wie hast du das gemacht? Oh, das war aber knapp jetzt. Oh jetzt wedelt der wieder so komisch Serien. Ach schade, der wird aber nicht schneller. Der müsste schneller werden. Dann wird, dann wird das, dann wird das richtig schwierig. Wenn dann, wenn ihr noch so richtig so, Alter, verdammt, ich guck mal kurz, ob er den doesn secular kann. Nee, kann man nicht. Nee, das einzige, was man halt versuchen kann, ist, den mit so komischen Ecken zu treffen, dass der komisch hin und dass der halt... So wobbelt, meinst du? Ja, wobei der wobbelt dann, glaube ich, nur bei einem selber. Das ist das Problem. Ja, warte mal, ich probiere das mal aus. Ach, scheiße. Ja, aber... Oh! Oh! Peter! Oh, Peter! Oh, Peter! Jawohl, würde ich mal sagen. Was zu tun wirst du da gerade passieren? Oh, vielleicht der kommt noch. Oh, jetzt wird's witzig. Jetzt wird's witzig. Der kommt immer näher. Der kommt immer näher, Peter. Der kommt immer näher. Der kommt näher, der kommt näher, oder? Ne, jetzt gehen wir nur noch rauf und runter. Ne, er kommt da dann nicht mehr näher. Dann kannst du Leertaste drücken. Ja. Ich würde mal sagen, da hat sich Peter mal ein paar Pünktchen eingefangen, würde ich sagen. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Boah, das Gesicht muss ich mir auf jeden Fall beim Schneiden noch reinziehen. Aber ich schiebe mich mit so offenem Mund so... Ja, ohne Spaß, genau so saß ich hier gerade. Ich war maximal überfordert. Vor allen Dingen, wenn du den Punkt versaut hast, kommt der dann auf einmal aus ganz unterschiedlichen Richtungen und das war richtig scheiße. Nein! Nein! Oh, lol. Ich hab gar keinen... Du hast gar keinen... Ich hab einen Punkt bekommen. Nein! Nein! Okay. Scheiße. Okay, jetzt geht der mir nur rauf. Na ja, komm, hier. Sag das an, Alter! Ja, das an, liebe Mami. Ne, komm, Peter. Schau dich mal ein bisschen an, hier. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht durch die Geschwindigkeit hier geht, sondern dass der irgendwie... Ich weiß nicht, kann man dem nicht irgendwie noch so einen Drill geben oder so? Irgendwie nicht. Also... Kann der halt nur über irgendwelche... Lol! Da hab ich nie aufgepasst. Da hab ich nie aufgepasst. Ah, hier. Okay, das wird sowieso eine Leertasten-Geschichte. Alter! Ich dachte, du hast Leertasten gesagt, aber das ist das Stichwort für mich. Oh, jetzt ruft natürlich hier jemand gerade an. Aber ist mir gerade mal vollkommen egal. 7-4, Hadi, wa? 7-4? Wieso denn 7-4? Weil ich sieben Punkte habe und du hast vier. Bei mir steht fünf. Was? Bei mir steht Score sieben. Echt? Bei mir steht Score fünf. Am Arsch fünf! Ja, ohne Spaß. Bei mir steht Score fünf und ich habe vier. What shit! Echt jetzt? Krasser Scheiß. Okay. Peter ist voll am Cheaten, Alter. Boah, guck mal, jetzt gammelt der Ball nur da unten rum. Ja, das ist richtig... Oh, nein! Lol, da hab ich irgendwie... So, ach. Ja, du hast jetzt aber auch einen abbekommen. Ja, oh, fuck, wie ist das passiert? Ja, komm, das ist eine Leertasten-Geschichte, würde ich sagen. Nein! Nein! Jetzt ist es eine Leertasten-Geschichte, oder? Nein, noch nicht. Ja, doch. Ja, der kommt niemals bei mir an. Guck doch mal. Wie ist das? So, komm, hier Leertaste. Bei mir steht jetzt hast du sechs Punkte und ich habe fünf. Ich habe acht! Ja, ist ja gut, dann bleiben wir dabei. Dann bleiben wir halt dabei. Wobei... Ja, das... Eigentlich gilt nur die Punkte des Aufnehmenden, ne? Ist klar, Peter. Was? Nein, nein. Aber ich finde das cool. Bei Peter merkt man so richtig, auf welche Bestrafung der so gar keinen Bock hat. Ja, das stimmt. Manche sind halt... Manche sind halt okay, wie beispielsweise bei dem Rotlichtbezirk-Simulator. Oder beispielsweise die Parfüm-Werbung. Ja, das stimmt. Die wäre auch ganz witzig geworden. Aber weißt du, sowas mit meinem Körper tun, was ich gar nicht in meinem Körper haben will, das ist echt nicht meins. Das ist eine echte Bestrafung für mich. Ja, das glaube ich. Und das finde ich auch gut. Das Problem ist nur, dass es momentan danach aussieht, als wenn ich das von dem... Komm, hier Leertaste. Wie wäre es, wenn du das sagst, bevor du die Leertaste drückst? Ja, das stimmt. Ja, hast recht. Fick dich. Der ist so... Weißt du, das sieht so aus, als wäre das so der Monster-Schmetterball oder so. Das sieht dann so auch aus, als hätte der mehr... Das ist voll die langsame Geschwindigkeit, ja, da schlafen mir schon die Füße bei einem. Na gut, was soll man machen, das konnte man ja nicht vorher wissen. Das ist ja nicht so, als wenn wir das Spiel vorher hätten testen können. Das wäre unmöglich gewesen. Aber man konnte auch nicht irgendwie auf hart stellen oder so, dass das voll schnell geht. Nee, konnte man nicht. Aber wie gesagt, das war halt das einzige Punkt, was wir gefunden haben mit dem Monster-Schmetterball-Schmetterball. Dann ist das jetzt halt so ein Kaffeekränzchen hier, ist doch easy. Ja, haben leider keinen Kaffee. Und vor allen Dingen kann man seine... Machst du eigentlich mit Pfeiltasten oder mit WASD? Ja, ich mach mit Pfeiltasten. Ja, ich auch. Das ist voll entspannt hier. So kann ich meine Hand freimachen. Komm, ich kann meinen Sitz so zurückmachen, kann mich einfach entspannen. Also der Ball, der kommt eh wieder bei mir an. Boah, da hat jemand einen Frosch im Hals gehabt. So. Wie viel steht es denn jetzt überhaupt? Wie viele Punkte hast du? 8,5. 8,5, okay. Dann hast du zwei mehr, als es mir angezeigt wird. Boah, das geht schiede hier, Alter. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich bin jetzt mittlerweile auch selber total unsicher. Nein! Alter, das ist so... Das ist bei mir 11,5. Das ist so... Was? 11? Das kann aber gar nicht. Du hast gerade nur zwei Punkte gemacht. Ja, das stimmt. Das kann eigentlich nicht. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt steht bei mir 12. What the fuck? Obwohl ich gerade zwei Punkte mache. Ja, jetzt ist es richtig. Ich finde, das ist jetzt nur richtig so. Also gerade hast du einen zu viel gekriegt. Das hast du einen zu wenig. Ja, nee. Ich glaube, deins ist korrekt. Was steht bei dir? 10,5. Ja, ich glaube, deins ist ehrlich gesagt korrekt. Meins wird falsch berechnet irgendwie. Ja, echt mal. Finde ich ehrlich. Boah, Alter. Das ist, wenn man sich nicht konzentriert, sondern hier Faxen macht. Was hast du denn für Faxen gemacht? Ich wollte mich hier in meinem Sitz so voll krass zurücklehnen. So, weißt du? Ich würde gerne was trinken, aber ich trinke halt immer was mit der rechten Hand und mit der linken Hand traue ich mich jetzt nicht über meine rechte zu. Ah, nee, mein Kaffee ist leer. Boah, ja, Peter, voll risky hier und so. Das ist ein Witz! Das ist gemein! Wie steht es jetzt? 12,5. Ja, jetzt ist meine Anzeige auch wieder richtig. Oha, hier, oh, kommt der doch! Du bist gegen den gekommen, oder? Nee, Leertaste, oder? Ja, der kommt nicht mehr an, siehst du doch. Achso, Peter macht jetzt Leertaste. Na gut. Ja, ich darf ja wohl auch mal. Kann man eigentlich auch mehrmals Leertaste drücken? Ja, theoretisch schon. Ey, das gilt nicht! Der kommt immer wieder zu mir! Guck dir das mal an! Das gilt nicht! Der kommt jedes Mal zu dir, weil du den Punkt verkackt hast. Das stimmt, ich hab den nicht verkackt. Ja, ja. Ich hab den jedes Mal getroffen bei mir! Ist klar. Und dann kommt der wieder an! Nee, nee! Boah, Alter, dieses Spiel macht mich völlig. Warte, Leertaste! Guck mal, Guck mal, Guck mal! Oh, das hätt ich vielleicht nicht tun sollen. Wieso? Loin, weil der bei mir grad voll rumgebuckt ist. Ja, vielleicht, weil ich auch Leertaste gedrückt hab, du Pau. Loin! Achso! Wie steht's denn jetzt bei dir? Ja, 14,5, falls Maul. Achso, okay. Falls Maul. Ja, das ist doch scheiße, bei mir war der voll am rumbacken. Ja, ja. Komm. Da schon wieder, siehst du? Du siehst es doch! Was sehe ich denn? Ich hab den genau getroffen und dann... Du hast keinen Punkt bekommen. Nee, ich weiß, aber ich hab den getroffen und ist der in deine Richtung geflogen und jetzt macht er hier solche Faxen. So, komm, mach mal Leertaste. Ja, ich hab so eine Aufnahme, dass ich den richtig getroffen hab. Ja, können die Zuschauer ja sehen. Also, wisst ihr, das ist der Sieg von Peter schon, nur von Dietz. Nein, Spaß. Ja, nein, war nicht so gemeint. Jetzt... Schillexen sie sich ja. Ich hab nur Ja, Ja gesagt, weißt du, Julian. Noch hab ich meinen Finger nicht rausgeholt. Ja, ja, ja. Seinen Finger. Weder holt mir seinen Moral Finger raus. Noch hatte ich keinen Grund dazu. Außer dieser einen Moment, wo du Letters gespammt hast, das war voll unvorragend. So kann ich jetzt eigentlich auch hier in der Ecke bleiben. Ich probier das mal, mal gucken, ob Hardy den aus der Ecke rauskriegt. Ja, bestimmt. Jetzt pass mal auf, warte. Nein, hey! Oh, ich hab keinen Punkt gekriegt. Natürlich, ey, what the fuck? Ey, bei mir steht 14,5. Bei mir steht 14,5. Ich hab den auch nur mit der Ecke oben angeschnitten, weil ich wollte den rauskriegen. Das ist der, guck mal. Warte. So. Bei mir steht immer noch 14,5. Das ist nicht gelogen. LOL. Okay, 16, 17, 16. Nein, ey! Jetzt kam der wieder zurück. Der kam oben gegen die Banne und kam wieder zu mir zurück. Na gut, du hast eh gewonnen. Also Bullshit. Ach, das stimmt. Ja, Peter, aufgrund von Bucks gewonnen. Ja, so, so. Ja, guck mal, nach meinem Score hab ich schon 20 Punkte. Das kann überhaupt nicht sein. Boah, nicht hier mit lächerlichen 5 Punkten, ey. Das ist echt ein Witz. Boah. Ja gut, was soll ich sagen? Es tut mir leid, wenn du da wirklich Bucks hattest, ist das natürlich echt ein bisschen ärgerlich. Ja, keine Ahnung. Ich hab, wie gesagt, ich guck mir das gleich nochmal an. Ich hab den auf jeden Fall getroffen. Aber ehrlich gesagt, ist mir das auch ziemlich egal. Ach komm, fick dich einfach, ja. Die Zuschauer werden eh sagen, ja, ich war zu inkompetent. Wahrscheinlich, vielleicht war ich das auch. Aber ich bin fest der Meinung, dass ich ihn getroffen hab. Dann ist er nämlich oben gegen die Bande gekommen und anstatt in, in, äh, hier war's, du weißt ja, Eintrittswinkel, gleich Austrittswinkel oder sowas. Ja, die Bigger-Regel. Ist er wieder zu mir zurückgekommen? Ja, keine Ahnung. Ja gut, 17.50. Ganz ein bisschen mit dem Ball hier jetzt so. Ja, komm, fuck you. Peter hat gewonnen. Oh yeah, Baby, und du musst dieses verkackte Ei. Aber ich glaube, du hast da gar nicht diesen mega Ekelfaktor, wie ich das finde. Ich hab noch nie ein rohes Ei getrunken. Ich auch nicht, noch nie in meinem Leben. Ich glaube, mein Vater hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass er mal gezwungen wurde von seiner, von seiner Mutter damals, weil der irgendwie krank war und die der Meinung war, dass das das einzig Richtige wäre. Und danach hat er sich echt übergeben. Oh, scheiße. Deswegen, vielleicht war das Ei natürlich auch schlecht, keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich werd mal auf jeden Fall ein ganz frisches holen, weil ich hab nämlich keinen Bock auf Salmonellenvergiftung, ja. Ja, verständlicherweise. Ja, das, äh, ist ja immer so eine Sache dabei. Vor allen Dingen, wenn ich am Wochenende den nicht da bin. Nein, aber ich werd mir ein ganz, ganz frisches holen, ja. Ein schönes, frisches Bio-Ei und dann werd ich das direkt verzehren. Äh, wir hatten vorher gesagt Größe XL, ne? Äh, nee. Fuck, yo. Nein, aber ich werde fairerweise, ich werde kein, kein S einnehmen. Also ich werd mindestens M nehmen. Gibt es Eier? Lol, das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, es gibt auch ganz kleine Eier, glaub ich. Ja, die hast du zwischen deinen Beinen. Ja, ich werd einfach ein schönes Bio-Ei nehmen, das, was ich finde. Ach ja, die Bestrafung ist ja eh erst für nächste Woche, dann klappt das ja mit dem Wochenende. Aber das Wochenende danach bin ich ja, bin ich ja, glaub ich, auch nicht da. Na, egal. Also, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ja, ich werd ein schönes Video daraus schnibbeln. Und, ähm, ja, vielleicht werd ich auch ein zweites hinterher trinken, wenn's mir so gut schmeckt, ja? Nein, aus dem Rest mach ich dann, äh, schön Rührei. Also, ihr geilen Schnittchen, ja, wir, wir danken euch auf jeden Fall. Lol, siehst du das? Das ist mal auch nicht verkehrt, ja. Ja, ich mach jetzt am Ende ja noch erstmal ein paar Pro-Tracks, ja? Ja, wow! So, also, wir bedanken euch natürlich an dieser Stelle herzlich fürs Zuschauen, ja? Nächstes Mal am Montag kommt dann die nächste Challenge-Track. Ähm, und, ja, macht euch noch einen schönen Montagabend. Und, nicht vergessen, morgen Abend gibt's ein, äh, das muss ich ja noch sagen, gibt's einen Evil Within-Stream. Ja, bitte, bitte. Ja, also, es kommt ja morgen raus. Und die erste Folge davon, kann ich jetzt einfach mal unverblüht Werbung hier machen. Die erste Folge wird, äh, exklusiv bei Twitch gestreamt. Natürlich auch danach hochgeladen, aber gibt's erstmal auf Twitch. So, also. Also, nicht wirklich exklusiv, okay. Ja, doch schon exklusiv, aber am nächsten Tag erst. Also, ich mach das halt mal so richtig, ne? So richtig exklusiv, ja? Livestream hier. So, genaueres findet ihr dann noch auf Facebook. Das poste ich dann. Also, bis zum nächsten Mal. Ganz schnittgenaut rein. Tschüss! Tschüss! Ja! Tschüss! 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 �かationautка! Untertitelung des ZDF, 2020